hey freunde willkommen zum heutigen test heute ist die verbund batterie greater lion box oder display box von leslie dran wir haben hier eine verbund batterie in 30 millimeter mit einer schusszahl von 144 schuss gleichzusetzen wie die präzident pyro nur mit dem unterschied dass man hier halt 30 millimeter haben also spricht der kasten ist schon ein bisschen schwerer bisschen größer ja an sich zu sagen hoch an sich zu sagen es sind vier große batterien drauf verleitet preislich 130 euro zu bekommen bei röder oder bei zündidee ich sagen schauen uns den klopper draußen einfach mal so 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 so